Was ist das denn? Eine Rohre, in der wir nicht reinkommen, weil wir zu groß sind? Nicht für Mario-Luigi! Wir verwahren uns einfach in den Brüderball und rollen hindurch. Wir können auch uns abbremsen, um langsamer zu rollen, aber warum sollten wir denn das wollen? So, und, äh, höh? Okay, hier hat es leider nichts gebracht. Wir sollen irgendwo eine Röhre finden, die uns weiterführt. Ich dachte tatsächlich, dass es diese Röhre wäre, aber das hat er jetzt nicht weitergeführt. Ich weiß nicht, gab es hier links ansonsten noch eine Röhre, sonst muss ich mal schauen, ob wir hier auf der Insel überhaupt noch weiterkommen können im Moment. Hier gibt es aber auch keinen Leuchtturm, zumindest sehe ich hier keinen, also, keine Ahnung, ob diese Insel einfach hier für immer gestrandet ist. Nee, die haben mir gesagt, dass sie hier einen Leuchtturm haben, der wird wahrscheinlich nur einfach nicht auf der Map angezeigt im Moment. Okay, gerade bin ich ein bisschen überfordert. Wo muss ich lang? Mücke im Inneren des Gebäudes, okay. Also wir sind hier draußen komplett fehl am Platz. Okay, aber ich wollte trotzdem zeigen, dass wir mit dem Röderbeil jetzt in solche Röhren rein können. So, gibt es hier drinnen noch irgendetwas Interessantes von uns? Ja. Was? Wo denn? Ich sehe da drüben eine Röhre auf der Map. Vielleicht über uns? Schau mal. Ach, hier oben eine Röhre? Ja. Von da kamen wir aber. Okay. Das heißt, wir sind ja eigentlich falsch. Wir kamen ja von hier und hier gibt es ja jetzt nichts für uns. Rechts lang gehen hilft uns auch nicht weiter. Hm. Ich rede mal mit den Leuten hier. Vielleicht haben die irgendwie Infos. Nee, okay. Da sagt rein gar nichts. Äh, okay. Nur was mit den Vögeln. Hm. Das ist sehr seltsam. Wir kamen doch von dort. Ich meine, was wollen wir jetzt hier? Unsere Mission lautet, erkunde weiterhin im Gebäude. Obwohl ich hätte mir denken können, dass wir jetzt wieder zurück müssen. Auf Capitabora, aber scheinbar nicht. Okay. Dann schaue ich mich nochmal gründlich um, weil ich habe echt keine Ahnung, was weitergeht. Waren wir eigentlich hier schon drinnen? Schau nochmal rein. Hä? Was denn? Wo wollt ihr denn hin? Wir müssen wieder durch diesen einen Verbindungsgang gehen durch. Hä? Welcher eine Verbindungsgang? Wovon reden die? Hier? Oder was? Also wir kamen ja von hier drüben. Oh. Na sowas, Eindringer. Sofort stehen bleiben. Okay. Ich hab's gefunden. Hier geht's weiter. Da war er sich jetzt wissen. Hä? Ich bin grad echt verwirrt. Oh stimmt, wir haben diesen. Lecker, yummy. Hä? Schmeißen die ich normalerweise die Sirup so über sich und kippen den um? Erstmal richtig getrunken. Ähm. Was wollte ich sagen? Ja. Ich hab den Stöcker aktiviert, genau. Eierlaufe ich noch mal probieren. Letztes Mal habe ich, glaube ich, nicht so gut hinbekommen. Jetzt will ich nochmal besser machen. Mario. Dann Luigi. Und dann. Relativ mittig, damit es alles trisst. Und dann ist es ja toll. Und einfach Yoshi. Mal extra Damage. Das ist eine coole Attacke. Super einfach auszuführen. Und sieht auch cool aus. Bam. Glücklicherweise getroffen. Wow. Und nochmal. Äh. Und nochmal. Aber siehst du mal kontern. Luigi. Nimm den Stöcker. Achso, ich hab keinen Pilzstöcker gerade aktiv. Äh. Nicht gut. Dann fräs ihn. Aber ganz flott. Ja. Okay. Lockerflockig. Kick der aufs Maul. Oh yeah. Game over für euch, Jungs. So. Sind jetzt die anderen befreit? Weil es gibt ja keine Wache mehr. Vermutlich ja. Huch. Die Tür hat sich geöffnet. Hurra. Jetzt sind wir aber wirklich endlich frei. Ich weiß gar nicht, wie ich ihnen danken soll. Sie haben so viel für uns getan. Kein Problem. Wohl an. Werte Angestellte. Dies war ein sehr strapaziöses Erlebnis. Also gebe ich ihnen allen den restlichen Tag frei. Was? Wirklich? Äh. Das ist mindestens was er tun kann. Yeah. Yippie. Der beste Chef aller Zeiten. Er ist so. Äh. Toll. Unser Chef ist die Wucht in Tüten. Für Mario klappt Luigi, ist es egal. Ich wünschte so viel Begeisterung, würden sie auch bei der Arbeit zeigen. Mario, äh Luigi. Den Rest überlassen wir ihnen. Aber wissen die unseren Namen? Cool. Höp. Juhu. Sie sind runtergefallen. Hm. Wollen ist denn jetzt diese Wirktruppe abgedampft? Hm. Na ja. Erstmal sind wir zur Eingangshalle im Erdgeschoss. Verstehe. Und da drüben werden wir immer noch beobachten. Habt ihr gesehen? Oder nicht? Meine dafür, einen Typen gesehen zu haben. Ach, da hier. Ach, hier unten. Ja, der beobachtet uns. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Der hat sie noch nicht mehr alle. Hm. Okay. Zum Erdgeschoss. Bist du einfach nur die Treppe hier runter, soweit ich weiß. Dum, da, dum, dum, da. Lampam. Lampam. Wir sind da. Ach, da drüben. Was sollen wir denn jetzt tun? Wie gesagt. Allein packen wir das nicht. Wir müssen Mario nicht finden. Aber was ist mit Gunther? Was, wenn sie ihn wegbringen? Darum geht es doch gerade. Wir alleine können ihn nicht retten. Wenn wir uns diesen Fiesnägel jetzt ohne Hilfe gegenstellen, dann werden wir am Ende nur alle verschleppt. Davon hat niemand was. Was, Gunther, was er verschleppt? Kann ich euch helfen? Mario, Luigi. Das ist doch echt das Letzte. Diese Egel von der Auswahlbrigade haben unseren Gunther entführt. Wir haben alles versucht, um sie daran zu hindern, aber... Bitte, ihr müsst Gunther retten. Oh, yeah. Als wir sie zuletzt gesehen haben, war die Auswahlbrigade auf dem Weg zum Dach. Mario, Luis, ihr müsst ja was zu nehmen. Den Weg zum Dach. Dann rennen wir jetzt nochmal den ganzen Weg nach oben. Wahrscheinlich da, wo ich gerade mit dem Bruderball lang wollte, da müssen wir es vermutlich nicht hin, oder? Und das Spiel dachte ich so, hey, 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 nicht Sequence breaken. Nein, nein, wir haben hier noch eine Kaste. Die müssen wir uns jetzt erstmal anschauen. Jetzt haben wir uns hier angeschaut. Jetzt können wir, jetzt können wir ein bisschen lang. Außer ich liegt komplett daneben. Das werden wir jetzt erfahren. Ne, man ist nicht schneller im Ball. Schade. Früher war man schneller im Ball. Viel schneller. Aber jetzt nicht mehr. Na gut. Oh, das sieht cool aus. Boing, boing, boing. Was ist denn das denn jetzt für ein Ding? Dieser Scheiter ist leider schon seit längerer Zeit defekt. Wenn Sie die Röhre unbedingt rotieren müssen, drehen Sie die Zahnräder manuell. Okay. Ah, das ist ein Gegner. Was? Ich habe nur den Sound gehört. Der hat sich richtig gut reingeblendet. Oh Gott. Hey, hey. Hey, Mist. Mache, nicht sterben. Okay. Also bis auf einen. Oder zwei? Nein. Äh, gönn dir den Pils, Kollege. Gönn ihn dir. Und dann machen wir mit Luiz nochmal die Bro-Tag. Wenn wir dürfen. Wenn wir dürfen. Dann wir dürfen. Hallo. Heiko. Äh, Donner-Dynamo. Erzeuge abwechselnd mit Wachen, wie ich die Strom. Nur gerechtzeitig. Versuch's nochmal. Letztes Mal habe ich richtig reingehauen. Also, im negativen Sinne. BAM 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 BAM. Okay, am besten nicht gucken. Einfach nur schnell A und B spermen. Also abwechseln natürlich. das versuche ich das nächste mal noch mal dran müssen hallo was war das denn jetzt gerade bitte du bist der anführer oder was machen wir noch mal den eierlauf schnell erledigt da ja hab ihn und go jahoo boah das muss doch weh tun den stecker dran zu stampfen naja ist auch egal ist ja auch egal ist der stecker leer ne noch nicht ganz fast leer fast ist aber nicht ganz oh mein gott aber man hat richtig viel zeit habe man gerade gesehen man hat richtig viel zeit zu drücken warum hab ich es so einfach gemacht oh das ist noch ein gegner ne komm muss er nicht sein da 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 wo führt mich das hin man oh da kann man gar nicht durch Okay, stopp. Bang, bang, ne. Meinten die nicht? Manuell drehen? Wie denn? Ich dachte, kann man gar nicht reichen. Ich dachte, das werden so Löcher, wo man rein kann. Nee, geht's gar nicht weiter. Hm, okay. Mal schauen. Wo geht's denn dann weiter? Hier drüben vielleicht? Ja, doch. Da ist ein unsichtbarer Block. Ach, jetzt kann man da doch durch, oder wie? Hä, wieso kommt man bei einem anderen Gelben nicht durch? Oder kann man jetzt auch... Nee, kann man nicht. Wie so eine Kugel. Nee, das ist komplett falsch. Wir kommen nicht weiter, wenn wir die Dinger nicht drehen können. Das bringt nichts. Hä, aber... Ah, Zoi, jetzt will der auch noch kämpfen. Das ist jeder so ein Haufen Gegner. Ja, komm, dann kämpfen wir halt. Wenn's sein muss. Was sollen wir machen? Ich will da auch noch... Der Klammergeier. Ja. Macht er wieder... Ja. Ey, das ist die Browser waren auch nie dazu lernen, ne? Das ist schon traurig. Finde ich. Ich verstehe. Ihr wollt also alle nochmal einen Eierlauf sehen, ne? Die einfachste Brawl-Tocke gefühlt, die es gibt. Hier einmal drücken. Hier einmal drücken, wenn der überall ist. Dann auswählen. X. Hä? Ich hab doch getroffen. Muss ich wirklich einen Gegner anvisieren? Ist ja mega dumm. Warum? Ist doch unnötig. What? Ich dachte, ich mach halt so ungefähr in die Mitte und dann passt aber nötig. Na, hallo. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Okay, cool. Ja, 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 ja. Sehr cooles Spiel. Man darf nicht zu schnell spammen. Nee, also sorry, den Sonder-Dynamo mag ich nicht. Ich will das spammen können. Wieso kann ich das spammen? Das schreckt mich total ein. Nee, Mann. Ja, das fühle ich nicht. Und ich bin... Ach, das ist ja die Sonne über ein Gegner, ne? Oder? Oh, nee, auch nicht. Cool. Ja, komm, wir mal noch mal die Eierlauf. Ich glaube, die normalen Attacken lohnt sich im Moment auch überhaupt nicht. Juhu! Juhu! Da komm. Hä? Ich... Ich wollte gerade X drücken. Ich wollte halt sicher gehen, dass er... da festhängt an dem Gegner. Boah, ich bin grad wirklich sauer. Ich bin grad wirklich sauer über dieses Spiel. So, ich hab jetzt extra mal langsamer gemacht. So. Tütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütüt. Uuu, das war auch schon mal perfekt. Ok Trotzdem merke ich es nicht, dass ich das nicht super schnell sparen kann, aber Na gut, zumindest hat das jetzt geklappt. Muss ich mich heilen? Ja, oder? Ah, ich muss Effektchecker umstöpsel, weil ich habe nichts mehr Äh, was machen wir denn da? Was haben wir denn hier noch, was wir machen können? Das lädt noch alles auf, das geht noch nicht Das lädt dann manchmal lange auf, ne? Erst noch Videoaufladung möglich, ja, ja Konter erleichtert Ist sowieso fast leer Tun wir den mal rein Ansonsten Lass ich den Rest jetzt mal drinnen Ach so, können wir noch heilen Ganz vergessen, bin ja fast tot Ihr gönnt euch Vielleicht noch ein Sirup Hier du Und vor allem du noch zweimal Passt Speckt Ach so, wir müssen irgendwie Wie Äh, kommen wir da Wie Was sagen Ach, wir können einfach drüber springen Ja, ich hab das mehr zu groß und zu hoch oder so Wirbeln? Ah, ja Wie den alten Mario und Luigi's Es ist einfach die gleiche, die gleiche Pro-Move Ich weiß auch nicht, warum das so vermarktet wird, das wäre etwas anderes Äh, ne, dass ich nochmal drehen Ja Ja Ja, doch Doch schon eher Deshalb bin ich auch überall um die Münzen Die sollen dann zeigen, dass man hier springen kann Ja, okay Das ist meine Schuld Das habe ich nicht gecheckt Ich habe mich aber auch schon gewundert, warum da auch ein Münzen sind, wenn man da nicht ankommen kann Ja Ich habe nicht eins plus eins zusammengerechnet Ja Aber ich habe das hier gesehen Hast du noch was? Ne Okay Oho Luigi, du bist so enthusiastisch, hier passiert doch gar nichts Chill mal So Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig Hier lang Wie? Ja Ja Dann ist das auf jeden Fall falsch Dann kann ich nochmal rausgehen Äh Nein So Warte, muss es eine richtige Kombination geben? Ah Ja Okay Jetzt checke ich endlich, warum da zwei sind Jetzt ist richtig Ich sage euch nämlich, falls ihr es noch nicht gemerkt habt Ähm Wo starten wir? Ich glaube, wir starten hier Gehen ja rein Nach links Nach oben Hier können wir jetzt durch Oh Habe ich nicht gesehen, der ist falsch gedreht Okay, Moment Äh Dann Ja, okay Moment Dodo 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 Ja So ist richtig Und ich lag vorhin falsch Uh Ja Müssen wir hier starten Hier drüben Also, wir gehen hier rein Da nach oben Richtig Und da einfach im Kreis hier Und das war's Sonst kommen wir nämlich hier oben weiter in den nächsten Raum Jopp Okay Sehr schön Sehr schick Wir sind auf dem Dach Aha Ah Schaut mal Da ist noch ein Leuchtturm Ja Ein NPC hat ja auch gesagt, dass er zu uns will Zu uns zu Kapital Wur Wie hast du das gesehen, Luigi? Habe ich gar nicht gesehen Super Sirum aber sehr nice Nice Eine Abkürzung Da drüben Da drüben Das Gebäude Hat einfach so ein Stecker ganz oben Als Dach Das Dach ist einfach ein Stecker Ah, da drüben Okay Alright Heilung Wozu habe ich mich vorhin geheilt? Keine Ahnung Aber yeah Da haben wir sie Die Heilung Da drüben Da drüben Da drüben Da drüben Da drüben So, Gegner Keine Die sind wohl gar nichts mehr Wartet Was macht ihr denn jetzt noch hier? Wir wissen, dass es gefährlich ist Weil wir nur wirklich nur im Wege sind Aber Gunter ist unser Freund Ohne ihn ist das Team wirkwurstäblich abgewürgt Hm Dort Da ist Gunter Gut, weiter mit dem Nächsten Nur nicht nachlassen jetzt Wir müssen uns beeilen, bevor sie ihn wegbringen Zeit für meine Führungsqualitäten Haltet euch Gunter Der? Ah Aura, Aura, Aura Komplen Ruf Da seid ihr endlich Nasenherzüchter Aber ihr kommt weiter zu spät Hey, ihr Kneippköpfe Wozu lasst ihr all die entführten Leute dieses Omen erzeugen? Wozu das alles? Wer sagt denn, dass wir das tun? So oder so Für euch ist hier Endstation Und der hier darf für den Rest seines Lebens auf die Riegerleuchtturbinsel schuften Äh Oh, blick mal Wo ist er denn jetzt hin? Ja Da wär ich wieder Sorry Gunter Geht's dir gut? Was? Ausgedrückt? Ich? Wie kann das sein? Wir dürfen ihn doch nicht einfach so entkommen lassen Ach, alles gut so Der wäre für unseren Zwecke eh nicht geeignet gewesen Na, wenn das so ist, bleibt uns nur noch eine Wahl Kommt Komm zu uns, Megaklemmergeier Der Arbe darf nie reden Megaklemmergeier? Was zum Zwischenboss von Zweiten Meer AHHHH Was ist das für ein riesen Sieg? Erlebige diese Flachpfeifen, Megaklemmergeier Und stütze den rot-grönen Heidis die Bärte, wo du schon dabei bist Ö AHHHH Kein good time Oh man Leider erwischt Aber er macht nicht so viel Schaden Das ist doch der für 16? Das geht ja noch Okay Äh, Panzer würde ihn nicht treffen Eierlauf könnte ihn treffen Versuchen wir's Let's go Na, 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 na A Und dann B Und dann Anvisieren X Okay, super, weil ich mich perfekt anvisiert habe vermutlich Okay, das Anvisieren ist ein bisschen schwierig Aber ne, das ist schon exzellent Ne, das war schon richtig Keine Ahnung Boah, Alter Dabei habe ich den Konto erleichterer Bang it Okay, Donnerdynamo müssen noch einiges an Schaden malen Elektrizität ist auch sehr effektiv gegen Vogel Okay, in einer Zeit kann man nicht mehr, dann macht's Ding Dann ist es schon perfekt, okay Ah, ist eher ein Angriff für mehrere Gegner Joshi eigentlich auch Aber den kann man ruhig auch so benutzen Oh, wie der so ein Blödsinn Hä Was macht der denn dafür Ja, okay Kann ich ja nicht wissen Ach Mario Warum bist du so langsam Damn Ist gar nicht gut Haben wir noch Nüsse Ja, gönnt euch ne Supernuss Oh, dreistöckig Jetzt Schön Endlich Aufgeladen Was ist aufgeladen Pilze? Pilze? Mhm Ich will erstmal die One-Ups lassen, bevor ich die Pilze mache, glaube ich Okay Ähm Wie wäre es einfach mal denn Martin Luftikus Anti Luftikus Ja, One-Up-Stack Ist egal was ich gerade gesagt habe Oh ja, das macht gegen den Boss sehr viel Out-Schaden Das ist mir gerade eingefallen Dass es doch gut wäre gegen diesen Boss Spring Spring Nicht spring Spring Ah, danke für den Konter erleichterer Da konnte ich über Mario drüber fliegen, so gesehen Ähm Ich glaube in Mario würde ich aber trotzdem die ganze Zeit den Yoshi-Eierlauf machen Aber das Gefühl ist es trotzdem besser So Schön Und zack Ich glaube hier muss man nix mehr machen Ist einfach nur ne Cut-Zie Wir lassen einfach so viele Yoshis hier auf dieser Insel Die leben jetzt einfach hier Okay, das geht jetzt auch Wie hat mich das getroffen? Warte mal Ha? Luigi? Schau dir das mal an Da fällt dir doch bestimmt eine Idee ein, oder? Teil uns die mal mit Verbinde die Rohre Okay Stopp Stopp Perfekt Let's gooo Yeah Mario Oh, jetzt ist er auf dem Boden Aha Auf dem Boden gefällst du mir schon gleich viel mehr War da direkt den Red Cooper Shell Ja Boah 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 Autsch. Nee, nee, ist schon gut. Ist schon gut. Komm, machen wir doch mal den grünen Panzer, wo der eigentlich für mehrere Gegner gedacht ist. Wir sehen, wie der hier funktioniert bei dem. Aua! Aua! Hallo! Ist gemein! Ich sag dir was gemeines. Ja, okay, der von Maren ist natürlich besser, aber das war auch viel Schaden. Kann man nicht leugnen. Wow. Alter! Luigi! Was zur Hölle? Oh, jetzt chillt er einfach am Boden. Okay. Stellt KP und BP wieder her. Ja, das bräuchten wir so langsam. Ah, das ist aber nur für ein, bro. Super Nuss, halt halt. Ja, komm, gönn noch mal Super Nuss, bevor Luigi down geht. Wie auch immer er die essen kann. Wie alles so verwirrt ist. Mit ausweichen. Ja, klar. Jetzt. Schön. Nein, nicht fliegen, nicht fliegen. Hätte ich die Chance nutzen sollen? Ich wollte mich heilen. Ach, keine Ahnung, mein Freund. Ich weiß noch nicht. Was tun wir rein? Altyluftikos können wir verbinden mit der Eisenkugel. Ja. Ich glaube, der Schwindler würde nicht funktionieren, bei den Börsen, oder? Ich habe nicht so das Gefühl. Machen wir es mal so. Ich denke, so ist es ganz okay. Machen wir es mal den Donnerdynamo. Okay. wegen dem antiluftikus stecker macht das so viel mehr sinn so wie die eisenkugel machen wir mal zwölf extra schaden am ende das war nicht viel aber kostenloser schaden aber nicht springen springen abwarten springen gar nicht hat man dann luftschüsse machen dann haben sie noch zwei malen das ist doof hier auf da jetzt mal richtig reinhauen und dann noch mal die kugel von nix von einfach nix kommt das jetzt mal der kugel können wir drin lassen aber was anderes hier sehr schön wir können aber unsere so gesehen aber ich mag dieses gemäck dass jeder bosskampf in diesem spiel die idee hat immer sehr viel schaden machen kann man die richtig schafft und meistens die ja relativ einfach sich dann ernst jetzt was passiert war überfordert ok moment erst mal die supernuss zwei haben wir noch ich habe extra keine eigens gekauft weil ich will es nicht zu einfach machen sieht man ja und von sehr gut wasserverschwendung ist für einen guten speck war ihr wollt ihn auffangen aber rennt nicht nach drüben das ist ja luigi's platz oder aufwärmlich hin da steht immer luigi und da drüben steht immer vario so war das schon immer sich dann ernst oder ich bin ausgerutscht er macht den grünen panzer kaum ist egal machen wir uns einfach ich hoffe dass ich da mit dem grünen panzer höre chance peter auf tolle treffer aber leider nicht ich dachte ich krieg vielleicht eine höhere chance als wenn ich nur springen würde ja ich glaub das ist jetzt schon wieder in ordnung oder der typ ja komm bleib stehen bleib stehen bleib stehen ok ok not bad alter alter fast tot aufgeladen wird denn aufgeladen weiß ich nicht ich hab kein checker warum hab ich nichts reingetan bin dumm nicht beantworten und war roter panzer wir können sogar einsetzen ich habe keine bb mehr wieder am tanzen ist war das auf den flf beat er kommt nicht da kannst du lange warten bist du tot bist jetzt schade luigi nein er schläft nur freunde er schläft nur sieht man ja er atmet noch der lebt noch oder doch sogar angreifen alter habe ich nicht erwartet schon gut der pilz aber das mit luigi er ist fast tot ich wollte es trinken 1up nimm den normalen das wird reichen sollte reichen und damit sprungen weil wir keine bp mehr und das lohnt sich jetzt auch nicht mehr aufzufüllen er ist fast tot was macht denn jetzt habe ich schon wieder das die hauptsache ist luigi warten spring spring nicht springen ok er macht immer zwei steine ein spring und den bro jetzt zeige ich dir mal wie es hier bei den bros abläuft ja endlich dabei dachte ich ich war gut in diesem kampf aber ab der zweiten hälfte schade reduzierer stecker ja sogar leveler jetzt sind wir auch auf seinem level wie der boss noch ein paar level dann sind wir endlich mal feuerblumenrang so müssen dauern wie bad können wir nicht erholen ich will keinen prächtigen bar da wird doch so gelobt von allen weil bei luigi schon ah ok luigi ist auch gepflegter macht's hin nachher hat sich verdient keine augen was wo ist denn die ausfabrikade erzählen oh da drüben da oben ihr habt den megaklammergeier besiegt tja wir sind euch trotzdem weit voraus in der obersten etage waren noch viel mehr gefangene die haben wir inzwischen alle zu gegenleuchte um insel geschickt und da lassen wir sie tag und nacht arbeiten omen massenproduktion wir kommen wie schmeckt euch diese niederlage wenn ihr nachschlag wollt wisst ihr ja wo ihr uns findet falls ihr es überhaupt dorthin schafft hey was soll der mist sein mist sag ich ja wir haben nichts neues über dieses omen rast finden können bocadito aber vielleicht erfahren wir auf der giga leuchte im inselmeer wir müssen schnell nix rausfinden wie man zu dieser giga leuchte insel kommt aber zuerst sollten wir diese insel anbinden und dann reden wir über kapita bura weiter klingt gut das klingt gut ok Freunde ich hoffe euch hat der part gefallen beim nächsten mal finden wir mehr heraus über die giga leuchte um insel und vermutlich finden wir auch heraus ob wir noch auf die andere insel können die wir nicht gemacht haben meiner gab es noch eine werden wir dann sehen da hat das haus wuuh Wа-uh